Wollen Sie das bestreiten? Wir haben das schon besprochen. Was wollen Sie denn noch, Livingston? Es reicht! Sie hatten einen direkten Befehl, Mr. Marshall, als klar war, dass Ihr Einsatz kompromittiert war. Bei allem Respekt, Sir. Sie waren nicht da! Und die Gruppe, die Sie kompromittierte? Das Pantheon? War das der Name? So hat Aloi Sie genannt. Wann erfahren wir, was hier wirklich los ist? Ich stelle hier die Fragen, Mr. Woods. Sir, wenn Sie den Bericht lesen, werden Sie... Das habe ich getan, Miss Harrow. So manches darin ist recht schwer zu glauben. Also gehen wir es nochmal durch. Alles. Und diesmal? Die Version von Marshall. Von Anfang an. Wir waren in Position nahe der irakisch-koweltischen Grenze. Das Team bestand aus mir, Harrow und Case. Aloi ist früh dran. Wenn er auch trifft, wird nicht lange warten. Nein. Nicht bei einem Schmuggler. Ich wette, Aloi legt einiges hin für die Flucht aus dem Nahen Osten. Nicht, dass das wichtig wäre. Er kommt mit uns. Outlaw 42, wir sehen jetzt den Konvoi. Markieren das Ziel. Over. Roger Boden. Ziel bestätigt. Wart mal Feuerzeichen. Over. Und los. Outlaw, ihr habt Angriffsfreigabe. Ende. Holen wir ihn uns. Verstanden? Angriff und Ende. Das wird ein hübscher Stau. Schrauber dabei. 6. Wir sind mit einem Schrauber. Utwäradamente. Am Schrauber dabei. Schrauber, dass der Schrauber skirkt. Abenteuer auf. Angriff der Schrauber. Sop. Für die Schrauber. Er wird in der Mitte des Convoys sein. Und denkt dran, Livingston will Alaoui leben. Notiert. Parash, zum Exfiltrationspunkt. Ja, ja. Keine Sorge. Fünf Minuten. Alaoui ist Verteidigungsminister und steht verlandern. Seine Leute werden gut trainiert und schwer bewaffnet sein. Bewegung, Truck-Tür. Verstanden. Zwei Ziele erledigt. Da sind noch mehr. Weiter in den Rauch hinein. Und noch einer. Sie wissen bald, dass wir hier sind. Seid bereit. Vertrohene. Komm mal los! Habe ich sie. Alaoui ist in einem schwarzen Truck. Die Straße frei rönt. Verstanden, schwarzer Truck. Mach weiter Druck, Case. Ich bin der Alaoui. Ziel auf der Straße. Boy, kannst du den Truck sehen? Mega zieh! Alarm, und zwar in der Mitte des Korboys. Weiter die Straße hinauf. Verstanden! Wir finden ihn! Kei ist an die Tür. Alawi! Lasst mich! Ganz ruhig! Wir wollen dir nichts tun! CIA? Wir hatten einen Deal! Und dir? Nicht mit uns! Wo wolltest du hin? Unser Mann? Vergenau. Von uns? Nein, aber auch nicht hierarchisch. Pantheon. Pantheon. Wir müssen weg. Gegen die habt ihr keine Chance. Sie haben uns nicht gesehen. Lassen wir es dabei. Na los. Also verstehe ich das richtig, Mr. Marshall? Diese Gruppe aus ihrer Aussage, das Pantheon, war eine multinationale, schwer bewaffnete paramilitärische Gruppe, die aus dem Nichts auftauchte. Sie sollten auf Verstärkung warten, aber stattdessen spielten sie lieber den Cowboy. Wir mussten schnell handeln. Unser Fenster schloss sich. Hat er oder hat er nicht ihren Befehl missachtet? Ja, Sir. Aber der beschleunigte Zeitplan machte es... Das reicht schon. Ich erwarte gar nicht mehr von Ihnen. Aber von Ihnen. Sir, der Auftrag war die Ergreifung Alawis mit allen erforderlichen Mitteln und... Oh, das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist, warum er in der Leichenhalle auf Eis liegt. Es wurde... kompliziert. Wer sind diese Leute? Pantheon besteht aus Exergenten aus Europa und Amerika. Ich weiß nicht, wer Sie anführen. Wir kommen hier nicht weg. Rufen wir Verstärkungen und warten. Warten? Auf gar keinen Fall. Parash, komm. Sind auf dem Weg zu dir. Nein, wir sind kompromittiert. Alawi wird uns nur aufhalten. Alawi, kommst du mit uns oder dem Pantheon? Ich komme mit euch. Verdammt, Troy. Kluger Mann. Case, dünnen wir sie etwas aus. An die Arbeit, Case. Das ist unsere Lücke. Dann nichts wie durch. Wir Pantheon-Typen können kämpfen. Feuchtag, Subskraft Wut. Die Typen sind von uns. Aufhör. Aufhör. Vorwärts zum Treffpunkt! Sie sind hinter Deckung! Hör auf sie! Zum Treffpunkt geht's durch den Canyon! Du könntest uns in einen Hinterhall führen! Das ist der einzige Weg hier raus! Fahrers, wir kommen mehr! Fahrers, kommen! Wird er sicher dort sein? Du passt auf, dass du uns nicht aufhältst. Hier unten sind wir leichte Ziele. Pantheon kann uns hier einfach abschießen. Kontakt! Pantheon auf die bessere Position! Ich grüße Sie! Ich grüße Sie! Ich grüße Sie! Ich grüße Sie! Wir werden! Wir sind fast bei Scherponkicks! Immer weiter! Vorwärts! In dein Büschel! Gute Granate! Venus 1! Sicher! Treffpunkt im Westen! Los! Warum wollen diese Typen nicht so über die Talawi? Bringt mich hier raus und ich sage euch, was ich weiß. Das wirst du allerdings. Oder ich bring dich höchstpersönlich um. Faraz wird uns unten treffen. Die Klippe runter? Faraz! Alles okay, denke ich. Irgendwer verletzt? Ist das euer? Nein, 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 nein! Die Klippe runter! Heute bist du wohlster von der Ferse. Verdammt! Russell Appler, CIA-Verräter. Waren es zehn Monate auf der Flucht? Marshall Oder, Wood's neues Projekt. Du kannst loslassen, Junge. Ich bin hier fertig. Jane? Du hast gerade kaltblütig ein hochrangiges Ziel getötet und die nationale Sicherheit gefährdet. Das Pantheon darf Allawi nicht erwischen. Langley auch nicht. Die CIA ist kompromittiert. Aber nicht durch mich. Ich bin der Sündenbock. Und das sollen wir glauben? Hey Jane, kannst du ihm was auf den Mund kleben? Klar. Warte. Ich hab eine Nachricht für Woods. Ach ja? Läufer? Sagt ihm. Läufer-Schneckturm. Was zum Teufel soll das heißen? Zeit zu geben. Nimm den Truck! Kaze, hast du den Werfer? Wir schießen ihn ab! Da! Auf 6 Uhr! Ihr entkommt ihm nicht! Schalt ihn auf! Hol den Vogel vom Himmel, Kaze! Sprung auf zum Heck, erwartest du! Auf keine Rakete! Jetzt schieß schon, Kaze! Höhne ab! Kaze! 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 Hallo, Kaze! Alles gut! Vorher! Na los, Kaze! Ich brauch dich! Volltreffer! Volltreffer! Scheiße, Scheiße! Oh Scheiße! Die Merse wird man! Keine sichtbarste Drohung in dem Luftraum! Alles gut! Jetzt blüht uns was wegen aller Augen! Viel Glück dabei! Sonst noch etwas? Sir, die Regeln wurden verletzt und Alawi ist tot. Doch die Festnahme Russell Adlers ist ein kategorischer Glücksfall. Ja, Miss Harrow. Abtrünnige Agenten zu ergreifen ist sicher ein Sieg. Russell Adler. Der Mann, der uns in Panama verraten hat. Der Mann, der verantwortlich ist für Ihren Zustand, Mr. Woods. Warum also wollte er Ihnen in Kuwait etwas sagen? Läufer schlägt Tor. Was könnte das bedeuten? Keine Ahnung. Also gut. Basierend auf Harrows zögerlichem Bericht und der Zurückhaltung von Informationen über Russell Adler, ist das Team suspendiert. Soll das ein Witz sein? So ein Bullshit. Und Sie, Miss Harrow, Sie bewegen sich auf wirklich dünnem Eis. Typen wie Adler und ich sind der Grund dafür, dass wir jetzt kein Russisch sprechen. Der Kalte Krieg ist Geschichte, Mr. Woods. Das macht aus Ihnen und Adler die letzten globalen Revolverhelden einer vergangenen Ära. Sie sollten vielleicht darüber nachdenken. Das ist alles. Raus mit Ihnen. Mein Büro in fünf Minuten. Ich rate Ihnen, es einfach dabei zu belassen, Marshal. Verwunderst Du Deine Arbeit? Warum hast du das behalten? Nicht alle Erinnerungen müssen Narben sein. Ähm, warum sind wir hier, Harrow? Weil ihr etwas wisst. Kann ich erfahren, was ihr geplant habt? Die Kinder und ich brauchen eine Auszeit. Vielleicht ein kleiner Trip. Etwas nachdenken. Okay. Ich kann versuchen, euch von hier aus den Rücken freizuhalten. Aber wenn was schief geht, mal wieder, seid ihr allein. Verstanden. Hast ein Gut? Nur einen? Klar. Hier ein Dutzend. Tu mir einen Gefallen, Chey. Versuch nicht zu sterben. Ich würde mich bemühen. Läufer schlägt Turm. Woods wusste genau, was das bedeutet. Adler zeigte uns unser Ziel. Das Schwarze Meer. Laut Woods entdeckten er und Adler vor 15 Jahren einen verlassenen KGB-Unterschlupf in Bulgarien. Er hieß der Turm. Letztes Jahr, bevor Adler verschwand, ging er Gerüchten nach über eine paramilitärische Gruppe. Eine, die Befehle direkt aus der CIA erhielt. Er glaubte, das Pantheon entwickelte eine neue Art von Waffe. Eine, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und was für ein Zufall. Bald darauf gab es Beweise, die Adler belasteten. Und er floh. An diesen Ort. Was wir hier in den letzten Tagen gefunden haben, hat alles verändert. Jetzt stelle ich alles in Frage, was ich über Adler, Livingston und die CIA geglaubt habe. Ich weiß noch nicht, was ich wegen Jane machen soll. Vielleicht hat Woods recht, und sie ist eine wertvolle Insiderin, aber... Wenn Langley von unserem Plänen erfährt, gerät sie ins Kreuzfeuer. Adler brachte uns aus einem Grund her. Das Pantheon zu stoppen, bevor sie zuschlagen. Woods glaubt, dafür brauchen wir ihn zurück. Es wird nicht leicht. Aber Adler hinterließ uns seinen Namen. Ist ein guter Anfang.